Grüßt euch liebe Leute, hier ist euer Dauner und jetzt gibt es wieder einen Kanalupdate für den August 2018. Herzlich Willkommen zu meinem Augustupdate. Aber bevor wir anfangen möchte ich erstmal noch zwecks dem Cloud City Video noch etwas sagen. Und zwar muss ich das richtig stellen, ich habe gesagt dass es ein UCS Set ist. Nein es ist es nicht. Lego hat dann eine neue Serie rausgebracht und zwar ist es die Masterpiece Serie. Und da habe ich nichts erzählt. Gebe ich zu, auf jeden Fall. Aber ich bleibe trotzdem noch bei meiner Meinung, dass es eines der schlimmsten Lego Sets ist, diese rausgebracht haben oder diese rausbringen werden. Und so hält immer noch einen sehr horrenden Preis. Also von meiner Seite her geht gar nicht. Aber das bloß am Rande. Wie gesagt, ich wollte mich bloß entschuldigen, dass ich gesagt habe, dass es ein UCS Set ist. Es hat sich mittlerweile aufgeklärt, wie gesagt eine neue Masterpiece Serie. So, jetzt aber mal zu meinem Kanal. Wie ihr von mir sehen könnt, ist der Millennium Falcon schon auf seinen eigenen Beinen. Ich habe es endlich geschafft die Füße heranzumontieren. War nicht leicht, aber ihr seht es sehr wahrscheinlich dann in dem Video am Sonntag. Ich versuche jetzt auch wieder mehr, mich den Millennium Falcon zu widmen. Mal gucken, was die Zeit sagt. Wie viel Zeit ich habe. Auf jeden Fall bin ich gewillt, den Millennium Falcon endlich mal zu Ende zu bringen. So, des Weiteren wartet ja noch das Hogwarts Schloss auf mich. Also ich habe es ja schon, was weiß ich, zur Hälfte aufgebaut. Aber ja, muss ja auch erstmal ein bisschen gebaut werden. 6.000 Teile sind ja kein Pappenstiel. Und ja genau, also Hogwarts Schloss ist noch dran. Dann habe ich hier einige Mox im Pedo, sage ich mal. Da möchte ich auch noch nicht so viel sagen. Von der Firma Lepin. Die werden dann demnächst mitkommen. Natürlich die neue Serie startet der X-Wing. Da habe ich ja auch schon eine Ausgabe gezeigt. Die werde ich dann denke ich auch wöchentlich abfrühstücken mit. Mal gucken, wie sich das so tendiert. Wo ich den dann mit reinstecke. Beziehungsweise entweder Freitag oder mal gucken. Also weiß ich noch nicht ganz genau. Das werden wir alle schauen. Und ansonsten gibt es ja den Offroad. Den habe ich schon wieder angefangen zu bauen. Soweit bin ich fertig. Also ist auch noch ein gutes Stück. Weil die muss ich ja komplett auseinander legen. Weil ja die Motoren irgendwas habe ich doch vermehrt irgendwie. Keine Ahnung. Und da fehlt ja auch noch das Video. Das werde ich auch versuchen noch mit zu bauen. Desweiten läuft ja der DeLorean läuft ja weiter. Der Mercedes LF 13 läuft ja weiter. Der Mustang geht auch in seine heiße Endphase. Also da ist er nur noch bis dieses Jahr. Und dann müsst ihr eigentlich mit fertig sein. Sind ja bloß. Also was heißt bloß. Es sind ja 100 Ausgaben. Ich bin ja schon bei einer 80 oder so. So. Ähm. Ansonsten. Was gibt es denn noch Neues? Eigentlich so weit. Erstmal nicht. Ich habe da denke ich alles gesagt. Wie gesagt es werden dann auch weitere Star Wars Sets kommen. Denk ich von Lepin. Ähm. Und ja. Genau. Das wärs dann erstmal soweit. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Dann werde ich dann an mein Schiff noch ein bisschen weiter basteln. An mein Holzschiff. Und eventuell auch an dem Haus. Oder diese Kirche mit diesen Steinen. Die habe ich auch lange nichts gemacht. Aber ja. Wie immer. Die Zeit. Liebe Leute. Gut. Ähm. Das soll es erstmal soweit gewesen sein. Für äh. Mein Kanal Update. Ansonsten läuft ja eigentlich alles weiter. Doch. Bin bis jetzt ja ganz zufrieden. Ne. Ich hoffe ihr auch soweit. Wie gesagt. Wenn es irgendwelche Probleme gibt. Was ich vielleicht besser machen könnte. Oder irgendwas. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich werde es dann lesen. Und mich ähm. Gegebenenfalls melden. Beziehungsweise ähm. Das verbessern. Wenn es in meiner Macht steht. Und ja. Ne. Ich wünsche euch liebe Leute noch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende. Und. Ja. Werde mich jetzt verabschieden. Und wünsche euch. Ja. Viel Spaß noch beim Bauen. Euer Tata Nata. Haut rein. Ciao. Bye ciao. Tau. Ja, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020